Kurz vor Weihnachten steht für die Leichtathleten der erste wichtige Test vor Beginn der Hallensaison an. Der 9. Run & Jump des SCC Berlin ist ein eher ungewöhnliches Leichtathletik-Meeting, aber Disziplinen wie der 30-Meter-Sprint mit fliegendem Start, der Dreier-Hop aus dem Stand oder der 10er-Sprunglauf bieten besonders Kaderathleten eine gute Möglichkeit, ihre aktuelle Trainingsform auf den Prüfstand zu stellen. Und auch Olympiastützpunkt-Trainer Sven Bugl erfährt hier, wo er noch nachjustieren muss. Also man hat eben eine Form, die ja jetzt schon mal getestet wird vorab, wo man dann vielleicht noch ein bisschen nachjustieren kann, gucken kann, wo fehlt es vielleicht noch, sind es eher die Sprungqualitäten, sind es eher die, ich sage mal, für den Sprint, für den Sprung gesehen, die fliegenden Geschichten, die da noch verbessert werden können, aber eben auch sicherlich schon mal, ich sage mal, einen Wettkampfcharakter vorzufühlen. Und die Gelegenheit zum Vorfühlen wird von den Athleten fleißig genutzt. Beim SCC-Sprint-Star Jakuba Pfelsner zeigt die Formkurve eindeutig nach oben. Mit meiner aktuellen Leistung bin ich eigentlich sehr zufrieden, beziehungsweise sogar ziemlich überrascht jetzt nach den beiden ersten Disziplinen. Beim 30-Meter-Fliegentest hatte ich eine 2,82, das ist eine Bestleistung. Und dann bei den 60 Metern eine 6,95, das ist ebenfalls eine Bestleistung. Deswegen bin ich ziemlich zufrieden. Auch Svea Körbrück ist mit ihren Leistungen über 30 und 60 Meter zufrieden. Für die 24-Jährige stehen die Sprintdisziplinen im Vordergrund. Zum Run & Jump kommt die deutsche Vizemeisterin über 400 Meter immer gerne, um sich optimal auf die anstehende Hallensaison vorzubereiten. Ja, generell erstmal um zu gucken, wie sind die Leistungen, wie trainiert man gerade, ist man auf dem richtigen Weg, müsste man eventuell noch was umstellen oder kann man ganz normal weiter trainieren. Für Svea Körbrück und Jakuba Pfelsner ist die Standortbestimmung beim 9. Run & Jump positiv ausgefallen. Und bei wem es noch an der einen oder anderen Stelle hapert, der weiß spätestens jetzt, woran es noch zu arbeiten gilt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017